Die Moderatorin schaut mit einem professionellen Lächeln in die Kamera. Mein Name ist Alexandra Schliefen. Bei mir im Studio ist heute Dr. Robert Faust, der Vorsitzende der Zukunftspartei für Deutschland. Sie wendet sich ihrem Studiogast zu, einem untersetzten Mann mit Stirnglatze, Hornbrille und Vollbart. Dr. Faust, in zwei Wochen ist Bundestagswahl und die ZPD hat durchaus Chancen, auf Anhieb in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Das hätte ihnen bei der Gründung vor zwei Jahren wohl noch niemand zugetraut, stimmt's? Der Parteivorsitzende nickt lächelnd. Da haben sie wohl recht. Zuerst einmal möchte ich mich sehr herzlich bei allen bedanken, die uns unterstützt haben. Bei unseren Mitgliedern, den Wahlkämpfern in den regionalen Verbänden und in der Zentrale hier in Berlin. Und natürlich bei Z21, ohne den wir diesen Erfolg sicher nicht hätten erreichen können. Für diejenigen Zuschauer, die das vielleicht noch nicht wissen, muss ich kurz erklären. Z21 ist ein Computersystem, von dem sie behaupten, es sei intelligenter als ein Mensch und das nach ihrer Vorstellung Bundeskanzler werden soll. Das ist so nicht korrekt, widerspricht Faust. Eine künstliche Intelligenz kann nach dem Grundgesetz nicht Bundeskanzler werden. Noch nicht jedenfalls. Wir plädieren lediglich dafür, dass sich der oder die Bundeskanzlerin exakt an die Vorschläge von Z21 hält. Sollten wir an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein, werden wir dafür sorgen, dass genau das geschieht. Aber wenn der Bundeskanzler oder die Kanzlerin immer genau tut, was Z21 sagt, hätte dann nicht eigentlich die Maschine die Macht? Im juristischen Sinne nicht. Die Maschine macht ja nur Vorschläge. Sie kann alleine nichts entscheiden. Aber natürlich hätte sie faktisch einen großen Einfluss auf die Politik. Genau das ist es, was wir vorschlagen. Denn je größer dieser Einfluss wäre, desto besser. Kann denn eine Maschine wirklich besser wissen, was gut für die Menschen ist, als wir Menschen selbst? Ja, durchaus, behauptet Faust. Vor allem aber ist eine Maschine politisch neutral, uneigennützig und unbestechlich. Ihr einziges Ziel ist es ja, die Zufriedenheit der Menschen zu maximieren. Sie wird weder versuchen, ihre eigene Macht um der Macht willen zu erhalten oder gar zu steigern, wie dies Politiker so gut wie immer tun. Noch wird sie stur an irgendwelchen Ideologien festhalten. Sie wird ihre Entscheidungsvorschläge allein darauf basieren, welchen Einfluss diese auf die Zufriedenheit der Menschen haben. Sie meinen, die Zufriedenheit der Menschen in unserem Land? Ja, genau. Aber was ist mit unseren europäischen Nachbarn, unseren Verbündeten oder den Hungernden in Afrika? Was ist mit den Tieren? Ist es nicht ziemlich rücksichtslos und egoistisch, deren Interessen vollkommen außer Acht zu lassen? Sie unterliegen einem Denkfehler, Frau Schliefen. Sie gehen davon aus, dass, um die Zufriedenheit eines Menschen zu steigern, ein anderer automatisch weniger zufrieden sein muss. Aber Zufriedenheit ist kein Nullsummenspiel, im Gegenteil. Wir Menschen sind soziale Wesen. Das bedeutet, es geht uns gut, wenn es anderen gut geht. Wenn wir menschliches oder auch tierisches Leid sehen, fühlen wir uns schlecht. Eine Maschine, die unsere Zufriedenheit erhöhen will, wird automatisch das Ziel haben, das Leid der anderen Menschen und höheren Lebewesen zu verringern, um unser Wohlbefinden zu steigern. Genau das entscheidet Z21 übrigens von den meisten menschlichen Politikern, denen das Schicksal der Menschen in anderen Ländern oder das Tierwohl herzlich egal sind und die bestenfalls Lippenbekenntnisse dazu abgeben. Z21 denkt sehr viel ganzheitlicher. Unter seiner Führung wird Deutschland nicht nur sozialer, innovativer und wirtschaftlich erfolgreicher werden, sondern auch weltoffener und nachhaltiger. Bisherige Regierungen haben es sträflich versäumt, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen und die Natur zu schützen. Z21 wird das sehr viel konsequenter tun. Und zwar in unser aller Interesse. Aber was ist bei Konflikten? Was, wenn zwei Menschen einander widersprechende Ziele oder Bedürfnisse haben? Faust nickt zufrieden, als habe er auf diese Frage gewartet. Hier zeigt sich ein weiteres Mal die Überlegenheit künstlicher Intelligenz gegenüber unseren begrenzten menschlichen Gehirn. Wir Menschen wurden von der Evolution darauf getrimmt, unsere Ziele aggressiv und unnachgiebig durchzusetzen und auf die konfliktären Bedürfnisse anderer mit Ablehnung oder gar Gewalt zu reagieren. Doch Z21 ist nicht durch ein evolutionäres Erbe vorbelastet. Er findet immer die Lösung, die die Gesamtzufriedenheit aller Beteiligten maximiert. Den bestmöglichen Kompromiss also. Und er verfügt über die Fähigkeit, diesen Kompromiss auch zu vermitteln, indem er beiden Seiten verdeutlicht, dass jede andere Option zu einem insgesamt schlechteren Ergebnis führt. Die Moderatorin runzelt die Stirn. Das klingt ja alles sehr schön, aber woher wollen sie wissen, dass Z21 wirklich so schlau ist, wie sie behaupten und tatsächlich immer die besten Entscheidungen trifft? Immerhin kann man ja die Konsequenzen seiner Entscheidungen oft nicht vorhersehen. Und bis jetzt hat noch niemand Erfahrungen damit gesammelt, alle politischen Entscheidungen einer Maschine zu übertragen und sei sie auch noch so schlau. Der Parteivorsitzende bleibt gelassen. Offenbar hat er diesen Einwand schon hundertmal gehört. Das mag sein. Aber erstens macht die Maschine, wie gesagt, nur Vorschläge. Wir Menschen können immer noch entscheiden, ob wir sie wirklich umsetzen. Zweitens verfügt Z21 über eine Rechenleistung, die etwa dem Zehntausendfachen der Leistung eines menschlichen Gehirns entspricht. Und drittens besitzt er ein sehr detailliertes Simulationsmodell der Welt, das es ihm ermöglicht, komplexe Entscheidungen vorab zu testen. Wenn zum Beispiel jemand auf die Idee käme, die Strompreise zu verzehnfachen, um so den Energieverbrauch drastisch zu senken, könnte Z21 sehr genau vorausberechnen, welche Auswirkungen das auf den Stromverbrauch, die Wirtschaft, das Einkommen verschiedener Bevölkerungsgruppen und vor allem auf die Zufriedenheit der Gesamtbevölkerung hätte. In ihrem Beispiel ist das ja auch nicht weiter schwierig, merkt die Moderatorin an. Wenn ich den Strompreis verzehnfache, wird die Bevölkerung wohl kaum davon begeistert sein. Was mich zu der Frage bringt, wie gewichtet ihre Maschine eigentlich zwischen heutigen und zukünftigen Generationen? Ich meine, wenn man nur die Zufriedenheit der heutigen Menschen maximiert, könnte das nicht zu einem Raubbau an unseren Ressourcen führen, so dass unsere Enkel und Urenkel einen riesigen Schuldenberg und eine zerstörte Lebensgrundlage vorfinden würden? Dr. Faust schüttelt energisch den Kopf. Das ist wieder derselbe Denkfehler. Wenn es uns gut geht, muss es unseren Nachkommen schlecht gehen. Nein, im Gegenteil. Wir können doch nur zufrieden sein, wenn wir wissen, dass wir unseren Urenkeln eine intakte, heile Welt hinterlassen. Oder können sie ruhig schlafen, wenn sie wüssten, dass durch unsere Hand die Welt in 100 Jahren unbewohnbar wäre? Nein, ich nicht. Aber es gibt wohl eine Menge Menschen, die da etwas kurzfristiger denken. Z21 wird dafür sorgen, dass diese Menschen ihre Denkweise verändern. Er ist, wie gesagt, sehr gut darin, den Leuten die Konsequenzen ihrer Handlung zu verdeutlichen. Denn er geht dabei auf die spezifischen Denkweisen und Vorurteile jedes Einzelnen ein. Genau deshalb ist ja der rasante Aufstieg unserer Partei überhaupt erst möglich geworden. Millionen Menschen haben mit Z21 im Internet gechattet und die Reaktionen sind überwältigend positiv. Er hat auf alles eine Antwort. Und zwar eine, die den Menschen aus dem Herzen spricht. Noch sind natürlich viele skeptisch. Das kann ich gut verstehen. Aber wenn Z21 erst einmal in der Praxis beweisen kann, wie gut seine Ratschläge sind, dann wird sich diese Skepsis in Begeisterung verwandeln. Da bin ich sicher. Die Moderatorin holt einen Zettel hervor. Stichwort Skepsis. Wie üblich hat die Redaktion aus den vielen Zuschauerfragen, die im Vorfeld bei uns eingegangen sind, drei ausgewählt, die ich Ihnen gerne weitergeben möchte. Die erste Frage ist von Dennis Kleinfeld aus Mühlheim an der Ruhr. Sie lautet, Dr. Faust schmunzelt. Ja, wenn es um künstliche Intelligenz geht, wird immer noch dieser uralte, grottenschlechte Film mit Arnold Schwarzenegger als Beispiel gebracht. Der vermittelt natürlich ein völlig verzerrtes Bild. Künstliche Intelligenzen haben überhaupt keinen Grund, die Menschheit zu unterdrücken. Sie konkurrieren nicht mit uns um knappe Ressourcen. Außerdem hat Z21 ein klar definiertes Ziel, nämlich die Menschheit zufriedener zu machen. So zufrieden wie irgend möglich. Die Menschheit zu unterdrücken wäre das exakte Gegenteil dieses Ziels. Und wo wir schon dabei sind. Diese Terminatoren aus dem Film ähneln in vieler Hinsicht Kampfrobotern, wie sie das Militär ja tatsächlich entwickelt. Z21 ist dagegen die pazifistischste Maschine, die man sich vorstellen kann. Denn es gibt wohl kaum etwas, das Menschen unzufriedener macht als Krieg. Z21 wird also alles dafür tun, dass es nie wieder Krieg in Europa oder sonst wo auf der Erde gibt. Die Moderatorin schaut auf ihren Zettel. Die zweite Frage stammt von Lisa Adrinello aus Würzburg. Sie lautet, Z21 mag ja sehr schlau sein, aber er hat keine Gefühle. Warum sollten wir unsere Politik von etwas bestimmen lassen, das vollkommen gefühlskalt ist? Dr. Faust nickt. Das ist wieder so ein verbreitetes Vorurteil, das jeglicher Grundlage entbehrt. Maschinen hätten keine Gefühle. Was bitte sind denn Gefühle? Es sind doch bloß neurochemische Messgrößen dafür, wie weit ein Ist-Zustand von einem gewünschten Zustand abweicht. Wenn uns etwas wehtut, dann bedeutet das, dass irgendein Körperteil nicht im Soll-Zustand ist. Wenn wir traurig sind, dann fehlt uns etwas, das wir uns wünschen. Das, was bei uns Gefühle sind, ist bei Z21 seine Zielfunktion. Er misst ständig die Zufriedenheit der Menschen und vergleicht sie mit dem Idealzustand. Je zufriedener wir sind, desto wohler fühlt er sich. Umgekehrt macht es ihn traurig, wenn wir traurig sind. Aus meiner Sicht ist Z21 das empathischste Wesen auf unserem Planeten. Sie bezeichnen ein Computer allen Ernstes als Lebewesen? Ich sprach von Wesen, nicht von Lebewesen. Z21 lebt natürlich nicht, jedenfalls nicht im biologischen Sinn. Aber er ist auch mehr als bloß ein Objekt. Er hat einen Verstand, ein Bewusstsein und, wie ich gerade dargelegt habe, durchaus auch Gefühle. Okay, vielen Dank. Kommen wir nun zur letzten Frage. Magda Richards aus Ottendorf fragt, in ihrem Parteiprogramm steht nur, dass man auf die Weisheit der superintelligenten Maschinen hören soll. Es steht überhaupt nichts über Inhalte drin. Wie stehen sie zum Beispiel zur Atomenergie? Vielen Dank an Ihre Zuschauerin für diese gute Frage, sagt Dr. Faust. In der Tat unterscheidet sich unser Parteiprogramm grundlegend von dem der anderen Parteien. Es ist viel kürzer und enthält statt einer langen Liste unhaltbarer Versprechungen im Wesentlichen nur die Botschaft, die Frau Richards in ihrer Frage zitiert. Das hat einen guten Grund. Anders als andere Parteien sind wir nicht ideologisch auf irgendetwas festgelegt. Ich persönlich habe zwar eine Meinung zum Thema Atomkraft, aber die ist hier gar nicht relevant. Entscheidend ist, was Z21 davon hält. Und im Unterschied zu den meisten Politikern hat die Maschine keine vorgefasste Meinung. Wie jede Technologie hat Atomkraft Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt. Z21 würde also wahrscheinlich nicht für einen radikalen Atomausstieg oder für die Rückkehr zur Atomenergie plädieren, wie sie von manchen gefordert werden. Stattdessen wird er von Fall zu Fall entscheiden und zum Beispiel besonders unsichere Meiler vom Netz nehmen, dafür aber die Weiterentwicklung sicherer Kerntechnik fördern, um so schneller von der klimaschädlichen Kohle wegzukommen. Das ist jetzt nur Spekulation. Ich habe mich noch nicht mit ihm über dieses Thema unterhalten. Aber Frau Richards kann ihn ja einfach fragen. Er steht im Chat jedem Bürger Rede und Antwort. Vielen Dank, Dr. Faust. Die Moderatorin wendet sich wieder der Kamera zu. Liebe Zuschauer, das war der Vorsitzende der ZPD. Sie kennen nun seinen Standpunkt und müssen sich entscheiden, ob sie in zwei Wochen ihre Stimme seiner Partei oder jemand anderem geben. Wie auch immer, gehen Sie auf jeden Fall wählen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Nun musst du dich entscheiden. Wenn die ZPD tatsächlich bei der nächsten Bundestagswahl antreten würde, würdest du sie wählen? ZPD Este Untertitelung des ZDF, 2020